Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity. In der letzten Folge haben wir Le Pellier getötet, ich glaube so hieß der gute Mann. Und durch ihn haben wir erfahren, dass Gemma, der Templar Großmeister, bei der Hinrichtung des Königs sein wird und auf den Weg dahin machen würde es jetzt. Und in den nächsten Folgen werden wir uns wahrscheinlich dann den Astrodamo Rätsel widmen. Sie sind schon vor mir liegen, ich hatte gerade überlegt, ob ich jetzt schon den machen möchte oder erst später. Aber, hat ein Gläuze geklaut, ich mache es dann, wenn wir die Sequenz 10 beendet haben. Was wollt ihr von mir? Wie geht es dir Arno? Schön. Richtig lustig. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Das hat gepasst. Das Spiel kam mir gerade so laut vor, deswegen habe ich mal kurz meine Einstellungen überprüft. Aber die stimmen eigentlich alle. Okay, die Einstellung sollte ich nicht unbedingt in der Läuze stehen überprüfen. Wie sieht es hier aus? Von allem Programm bitte. Ist okay. Egal. Ich glaube, ich kann wieder raus. Und wie ist ruhig auf einmal hier drin, dass jetzt gehen wir raus und wieder lauter stimmen. Ey, geh da runter. Danke Arno. Weil es sind ja nicht mehr so viele Sequenzen. Das ist ja Sequenz 10, die dann rum ist. Ich schätze mal so 10 bis 15 Folgen, dann ist das Spiel schon rum. 45 Folgen, ich hätte gedacht, das dauert ewig. Weil ich mache ja nicht immer die Nebenmissionen, daran könnte es liegen. Ich mache ja das, was ich Lust habe. Ich habe die Nebenmissionen ausprobiert. Wir können auch auf jeden Fall dann so einen Serienmord machen. Oder ungelöste Mordfälle. Die gibt es ja auch noch. Die stehen auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste. Wo man dann selber Detektiv sein muss, wie bei, wo wir den Fall von Mirabeu aufgeklärt haben. Erstmal müssen wir jetzt zur Hinrichtung des Königs. Ah, die Hinrichtung. Schwierigkeits 4. Gemma ist irgendwo auf der Tribüne und schaut sich die Hinrichtung von Ludwig dem 16. an. Spielen. Dafür benutze ich natürlich nicht das Lösungsbuch, 100%ig versprochen. Ich lege die nur offen mit den Nostradamu-Rätseln. Es wäre auch blöd, wenn ich gleichzeitig gucken müsste. Der König hoch. Bist du sicher, dass Gemma kommen wird? Ja, ganz sicher. Worauf warten wir dann noch? Trennen wir uns. Dann sind wir auch schneller. Mhm. Wenn er einmal den Monitor umgestellt hat, ist das schön, wenn es zu dunkel ist. Ah, Überprüfung. Mal schauen, wie der aussieht mit dieser legendären Maske. Das ist der König. Bringt den Verurteilten vor. Jammer, das Gebiet erkunden für Gelegenheiten, Sorgen. Puntstücke 2, Wachen 53, Verstecker 8. Ähm, Jammer finden. Ich glaube, ich glaube, er ist eventuell aus dem Adler-Auge raus. Getötete Schützen 0 von 2, okay. Ich habe eigentlich Angst, hier gerade rauszugehen. Ach, das ist bestimmt hier diese Szene, die mit 10.000 NPC angekündigt worden ist. Alter. Das sind ein Haufen Menschen. Muss ich ja mal feststellen. Hätte ich nicht gedacht. Die Plaza de la Revolution, Concord, Louis. Der Rückbürger, geh weg. Lasst uns beginnen. Abschaubt. Lasst uns vor Gott, dem Allmächtigen. Alter. Das sind viel zu viele Leute. Das sollen 10.000 NPCs sein, die gerade hier um uns rum sind. Ah, da oben sitzt der bestimmt. Verdammt, wie soll ich die beiden... Oh Gott. Oh, verdammt, ich habe verloren. Ich habe verloren, ich habe verloren, verdammt. Oh Gott. Ich habe eigentlich... Alter, ich bin tot. Geht nicht alleine auf ihn los. Too much. Das ist blöd gelaufen. Ich habe die rechts nicht auf dem Schirm gehabt. Das war mein Problem. Leider, leider. Passiert. Probieren wir es halt nochmal. Wir haben ja Zeit. Die letzte Mission hatte schon eine Folge im Beschlag genommen. Es sind... Wie heißt es nicht mehr? Wie heißt es? Es gibt viel Black Flag. Ganz viele Missionen in einer Sequenz. Es sind es wenige Missionen in einer Sequenz. Aber die Missionen sind ewig lang. Zum Erkunden. Es ruckelt aber. Oder lagt hier gerade zu Tode. Es sind zu viele Leute. Ein bisschen zu viel Menschen. Wir sind gegen uns. Es ist passiert irgendwas da. Malo, trüb. Jetzt mal gehen wir direkt hier rum. Verdammt, ich war nicht Zwei Schützen töten hieß es, oder? Ja, ich sehe nichts Sehen die mich So viele Menschen, dass ich untertauchen kann Gott, das sind zu viele Schön, dass die sind jetzt alle hier Ich hätte nicht gedacht, dass man mich sieht Dass ich den da oben ausschalte, aber gut Oh, da waren welche Alter, hör auf zu ruckeln Ich glaube, das wird Hä? Und wieder zu viele Und Sonnenschein Werf doch endlich mal, danke Oh Gott Ich habe keine Medizin mehr Hätte ich glaube, vor der Mission besser auffüllen sollen Doch, werde ich Hier wirst du leiden Dafür töte ich dich langsam Verdammt, bist du unsichtbar? Alter, das hat mir zu viele War was? So Muss ich mich halt durchprügeln Da war irgendwo auf jeden Fall Munition dabei Äh, Medizin Das habe ich jetzt so bekommen Medizin Äh, was habe ich Okay, da sind noch welche Kletter doch drüber Wie oft soll ich denn noch X drücken Danke Arno Du hast es mir schon wieder kaputt gemacht Ähm, du sollst da rund Äh, jetzt geht er in die Kampfhaltung Lass mich Der Töter tötet mich Ich drücke da runter Drücken Nein, er steht Doch Arno Ich reg mich zu sehr auf Ganz ruhig bleiben Huuu Ich glaube, ich erwarte zu viel von ihm Höh Höh Ich stöhne jetzt einfach nur rum Wie kann ich da am besten hin? Ich will nicht nachgucken Da muss der ja irgendwie hinkommen ohne Heute erstmal schön leck Lass mich doch mal durch Da ist eine Treppe Da gehen wir mal runter Lass uns vor Gott Dem allmächtigen Hürdevolle Da ist ein Kopf auf dem Speer Wo geht es jetzt denn runter? Okay, die stehen da Das sind zu viele Ich komme da nicht unten gesehen runter Warum wird der auffällig Auch weil da hinten die ganzen Leute hinlaufen Oh Mann Alter, wie soll ich da hinkommen? Wir versuchen ihn erstmal zu finden Lass Nämlich mal durch Ich komme nicht durch Zu viele Menschen Ich komme hier nicht mehr Alter Alter Viel zu viele Menschen Hier ist keiner Jetzt wenn sie durch sind Gehen wir da hinten drunter Hier durch So Es hat nicht bis dahin gereicht Jetzt gehen wir hier hinten dann den vorbei Ich weiß, dass der sitzt da oben bestimmt Auf dieser Ehrentribüne Auszeichnung Ausbildung In der Novizenausbildung Okay Ah Ich sehe dich So Die stehen da mit dem Rücken zu mir In die Heuwagen Wir gehen erstmal in den Heuwagen Und gucken wir uns hier Die geht genau an Oh Die habe ich nicht kommen sehen Gut, dass ich dringend bin Das hätte ich jetzt einfach gesagt Wir wären einfach durch den Deckel gegangen Und dann da rausgekommen Und dann So Hier stehen wir uns damit mit dem Rücken zu Dann können wir Könnten wir eigentlich rein theoretisch Oh Zwischensequenz Das reicht schon Gut Ähm Ich glaube Da wusste jemand, dass wir kommen Hallo Arnaud Monsieur Germain Wie passend euch bei der Wiedergeburt Des Templer Ordens zu treffen Immerhin Wart ihr auch beim ersten Schritt dabei Monsieur de la Serre Ich wollte, dass er versteht Der Orden war korrupt geworden Klammerte sich nur noch an Macht und Privilegien Doch ihr habt das korrigiert Oder nicht? Durch den Tod des Mannes an der Spitze De la Serres Tod war nur der erste Schritt Nun folgt das Meisterstück Äh Wir dürfen bestimmt die Hinrichtung des Königs verhindern Ich sterbe unschuldig Meine Herren Ich bin an allem unschuldig Wessen man mich beschuldigt Ich wünschte Dass mein Blut Das Glück der Franzosen zementiere möge Oder doch nicht Der König ist Nur ein Symbol Ein Symbol kann Angst schüren Und Angst sorgt für Gehorsam Doch irgendwann verliert der Mensch Die Furcht vor Symbolen Wie ihr seht Für diese Wahrheit ist der Mollet gestorben Der göttliche Anspruch Von Königin ist nicht mehr Als der Glanz von Gold in der Sonne Wenn die Krone und die Kirche im Staube liegen Werden wir, die das Gold haben Die Zukunft formen Na gut Wir haben es noch nicht verhindern sollen Nun entschuldigt mich Einen schönen Tag noch Tötet ihn Ein guter Auftritt Was machst du? Lauf ihm nach Ich lasse dich nicht hier sterben Ähm Verteidigung Oh Mist Oh Mist Elise verteidigung Warum ich immer Elise sagen? Ich schaffe es Voll dieser Mann Ich schaffe dich in Stacker Böser So Betäubte Gegner Was sind die betäubte Gegner? Ah Betäubungsbaum Bestimmt einsetzen Oh Gott Hä? Wo ist die denn hingerannt? Ich habe nicht gesehen wo die hingerannt ist verdammt Och Menno Dumm 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 Komm noch mehr! Ich schaffe es! Ich schläge dich an! Ich schläge dich an! Ich schläge dich an! Geh schon! Ich schläge dich an! Elise warte! Wo ist sie denn? Da läuft sie Ich schläge dich an! Oh Alter jetzt hätte ich natürlich von hinten beschossen Gemäßigte braucht Frankreich so dringend wie die Aristokraten! Er tot als lebendig! Ich schläge dich an! Wir sind der Baum der Freiheit! Du gemäß dich da! Oh! Wir entkommst du nicht! Ich geh mit ihrem eigenen Willen! Damit der uns erstmal nicht mehr sieht und auf uns schießen kann. Ach, Elise. Ach, bleibt doch mal stehen. Ich muss mir hier an der Nase kratzen. Glaubst du, er wird so leichtsinnig sein, wenn er weiß, dass wir ihn jagen? Du hattest die einmalige Gelegenheit, sein Leben zu beenden und du hast sie nicht ergriffen. Um dich zu retten? Dazu hattest du kein Recht. Was sagst du da? Ich würde alles riskieren, um Germain zu töten. Wenn du nicht manns genug für Rache bist, brauche ich deine Hilfe nicht. Elise. Elise! Oh. Ach. Ist Änderung abgeschlossen. Betäubte Gegner, getötete Schützen, null. Was kommt jetzt? Ah, da ist eine neue Mission aufgeploppt. Ich möchte gerade hier hoch, weil da eine Kokade ist. So, was ist denn unsere nächste Mission, wenn dann? Und vor allem, wo ist unsere nächste Mission? Ist das noch Änderung? Äh, nein, nein, danke. Die Nachbesprechung beim Rat. Dem Ratbericht erstatten. Aber das machen wir erst später. Wir werden jetzt in der nächsten Folge, die wird dann ein bisschen länger sein, aber auch ähm, geschnitten auf jeden Fall. Diese werde ich nicht schneiden, obwohl ich ein bisschen gefällt habe, aber die hat noch eine normale Länge. In der nächsten Folge werden wir mit Hilfe meines Lösungsbuch, ja, Lösungsbuch, blablabla, ist nicht ein Spiel gedacht. Es ist einfach fürs Let's Play, statt zu besuchen. Dann werden wir in der nächsten Folge uns alle Nostradamus-Seiten organisieren. Für mich wird so ein bis zwei Stunden, schätze ich mal draufgehen, für euch so 30 Minuten Folge. Oder 40 Minuten? Oder ich teile es auf in zwei Folgen. Kommt drauf an, wie lange es insgesamt dauert. Aber das möchte ich jetzt nächstes machen, damit wir dann die Rüstung freischalten und voll-powered sind. Dann hoffe ich, ihr hättet die Folge gefallen. Jamal ist entkommen und Elise sauer auf uns, weil wir ihn nicht getötet haben. Und stattdessen sie gerettet haben. Versteht einer die Frauen? Nein, Spaß. Sie hat ja auch noch ein Leben, dass ihr das nicht versteht. Was nützt denn ihr Tod, wenn... Dann ist ja Arno noch mehr... ... am Boden zerstört. Sein Ziehvater und seine Geliebte... ... weil seine Freundin ist gestorben. Das wäre ja noch schlimmer als... ... was sonst. Aber ich hoffe zu reden. Wir hören uns am Morgen in einer Folge wieder, wenn wir alle noch Suda-Muritze machen. Bis morgen. Tschüss.